Eine Woche voller Konferenzen, Innenministerkonferenz, Ministerpräsidentenkonferenz und was ist am Ende dabei herausgekommen? Nichts. Es gibt jetzt allerdings ein neues Geheimpapier aus dem Ministerium von Frau Faeser. Sie will mehr Migranten zu Beamten machen des Staates. Es gibt jetzt hier eine 22-seitige Leitungsvorlage zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht hier dem Namen nach um die Stärkung der Teilhabe von Personen mit Einwanderungsgeschichte in der Bundesverwaltung. Kurz das Bundespartizipationsgesetz oder wenn ihr so wollt die Migrantenförderung im öffentlichen Dienst. Es ist hier eine Ungleichbehandlung, Sondergleichen, vor allem nach einer so ereignisreichen Woche, dass uns jetzt diese Nachricht hier am Wochenende erreicht, ist wirklich beschämend, aber auch bezeichnend für diese Regierung. Das Ziel des Gesetzes ist es, die Vielfalt der Gesellschaft in der Bundesverwaltung abzubilden und die Teilhabe von Personen mit Einwanderungsgeschichte in der Bundesverwaltung zu fördern. Das ist gar nicht ihr Auftrag, denn ein Bundesorgan hat alles zu sein, aber nicht repräsentativ entsprechend der Bevölkerung, denn es gilt das Leistungsprinzip. Und da kommen später noch Staatsrechtler, die das unterstreichen. Es werden jetzt Mittel festgelegt, wie man dieses Ziel denn erreichen möchte. Jede Ausschreibung soll jetzt den Hinweis erhalten, dass Bewerbungen von Personen mit Einwanderungsgeschichte ausdrücklich erwünscht sind. Und du und ich, wir wissen, sie sind nicht nur erwünscht, sie werden dann am Ende auch bevorzugt. Die Bundesregierung möchte jetzt hier auf dem Bundestag einen Bericht liefern, und zwar alle vier Jahre über die Umsetzung und die Ziele des Bundespartizipationsgesetzes. Dabei sollen auch Migrantenorganisationen Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Welche ist völlig unklar, ob ich jetzt auch hier, weiß nicht, eine Migrantenorganisation mache. Also kann ich die einfach gründen? Muss ich dafür aus dem Ausland? Es ist völlig wahnsinnig, was sie hier wieder entscheiden wollen. Es soll dazu kommen, regelmäßige Befragungen der Mitarbeiter, also die Beamten, sollen befragt werden. Und ein strammes Monitoring und statistische Erfolgsauswertung sollen hier stattfinden. Was denn eigentlich für ein Erfolg hier ausgewertet werden soll? Wenn wir 20% in unserem Land haben mit Migrationshintergrund, soll dann jede fünfte Stelle von einem Migranten besetzt sein? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie verträgt sich das dann auch mit der Frauenquote? Das ist ja sowieso schon ein Problem, schlechthin. Jetzt gibt es hier Staatsrechtler, die warnen. Also es ist nicht nur, bin ich nur ich, der hier wahnsinnig wird, wenn er so etwas liest. Nein, auch Juristen, die so etwas hauptberuflich machen, die sind auch wahnsinnig. Der renommierte Staatsrechtler Christian Hilbert kritisiert das Gesetzesvorhaben. Er ist Professor aus Bonn. Er sagt, Zitat, schon im Ansatz verfehlt. Die Bundesverwaltung sei kein Repräsentativorgan. Zitat, wir brauchen eine leistungsfähige Bundesverwaltung und keine, in die nach dem Geschlechterproporz nun auch noch nach dem Migrationsproporz entschieden wird. Bei der Besetzung öffentlicher Ämter dürfen ausschließlich Leistungskriterien zur Anwendung kommen. Die Abstammung, die Rasse, die Sprache, die Heimat oder die Herkunft gehen den Staat überhaupt nichts an. Und er darf auch nicht danach differenzieren. Erst recht nicht bei Posten in der Verwaltung, sagt hier ein Professor aus Bonn. Der Staatsrechtler, er weiß auch schon, wie das hier jetzt dann ausgestaltet werden wird in der Zukunft. Und zwar, um sich nicht dem Vorwurf der Diskriminierung auszusetzen und um ihre Diversitätskompetenz, was ein Wort, unter Beweis zu stellen, schauen sie beim anzustellten Leistungsvergleich eben nicht so genau hin, produzieren damit politisch gewollte Ergebnisse. Und am Ende kommt dabei folgendes heraus, die umgekehrte Diskriminierung zu Lasten von Deutschen ohne Migrationshintergrund. Der Jurist erwartet einen Qualitätsverlust in der öffentlichen Verwaltung. Noch schlechter als jetzt, das ist ja der Witz daran, Qualitätsverlust in der öffentlichen Verwaltung. Welche Qualität in der öffentlichen Verwaltung wird denn hier gemeint? Die nicht vorhandenen Termine auf den Berliner Bürgerämtern, obwohl es mehr Personal gibt, das Hinwegsetzen über Botschaftspersonal aus Islamabad mit der Anweisung aus dem Auswärtigen Amt. Vergebt doch mal ein Visum, selbst wenn er mit einem gefälschten Pass vor einem steht. Ich frage mich, welchen Qualitätsverlust Sie hier denn meinen? Also die Beispiele, sie sind ja endlos und ich lache, weil sonst müsste ich weinen oder wütend werden. Es geht jetzt hier allerdings noch weiter. Es gibt hier einen Politikwissenschaftler aus Bremen, der sich auch noch zu Wort meldet. Er ist unter anderem auch Migrationsforscher. Stefan Luft sagt hier zu der Bild-Zeitung, solche Politik erweckt den Eindruck der Bevorzugung von Migranten und der Benachteiligung der angestammten Bevölkerung. Ja, ach nee, die Bevölkerung wird ja auch offenkundig benachteiligt. Er sagt hier, es sei schädlich und man spaltet die Gesellschaft weiter. Ja, genau, endlich mal einer, der es verstanden hat. Das Bundespartizipationsgesetz wird sich wie eine große staatliche Werbekampagne für die AfD auswirken. Dies könnte Frau Faeser eigentlich nicht ernsthaft wollen. Hat ja meine volle Unterstützung. Und das Interessante ist, man hat dann auch noch nachgefragt, ob denn dieses Papier vom BMI echt ist. Nicht so, dass es einem geht, wie Alice Weidel, die letztens hier auf eine Chat-GPT-Rede hereingefallen ist. Und das Ministerium bestätigt das Papier und das Vorhaben, Zitat vom Ministerium, man sei weiterhin im Prozess der Willensbildung zu den konkreten Inhalten für einen Entwurf des Partizipationsgesetzes. Und damit möchte Nancy Faeser ihre Karriere als Innenministerin wohl beenden. Es ist ein Herzensanliegen von ihr. Sie reden schon seit Jahren darüber. Aber jetzt die Dreistigkeit und die Frechheit zu besitzen nach Mannheim, nach der angekündigten Abschiebung von Syrern und Afghanen, wenn sie Gefährder sind und straffällig geworden sind. Und es passiert dann einfach nach der Innenministerkonferenz nichts. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz nichts. Man trifft sich im Dezember wieder und schaut mal, wie die Ergebnisse so sind. Man möchte in einigen Wochen hier Ergebnisse erzielen. Und ich denke, Frau Faeser muss jetzt das Partizipationsgesetz noch schnell durchprügeln, bevor am Ende nach den geplatzten Haushaltsverhandlungen, wovon ich fest ausgehe, ich glaube nicht, dass sie sich einigen können. Und wenn sie sich einigen, wird es verfassungswidrig sein am Ende. Das kennen wir von dieser Regierung. Verfassungswidrige Gesetze schreiben, auch mit Ansage. Aber da sind alle etablierten Parteien gerne mit dabei. Es waren über 100 Gesetze seit der Wiedervereinigung, die Karlsruhe einkassiert hat. Und die Politiker, sie gehen konsequenzenlos danach in Ruhestand oder in weitere Ämter, obwohl sie teilweise wissenschaftliche Expertise hatten, die ihnen das Gegenteil im Voraus prognostiziert hatte. Ich bin gespannt, wie du diesen Entwurf hier findest. Findest du auch, wir brauchen mehr Migranten in der öffentlichen Verwaltung, im Staatsdienst als Beamte. Ich finde, so wie es jetzt läuft, ist es gut. Und diejenigen, die hier sind, die qualifiziert genug sind, die schon lange genug hier sind, die können auch zur Polizei gehen. Und selbst da gab es in Berlin schon Unterwanderungsversuche von kriminellen Clans. Das heißt, so wie es aktuell läuft, sollten wir es nicht wirklich verändern, um es noch auszuweiten. Denn wir müssen uns auch sicher sein, dass diejenigen, die Migranten sind und bei uns in den Staatsdienst gehen, auch zu unserem Staat zu 100 Prozent stehen. Das ist nochmal was anderes, wie wenn man jemanden einbürgert und er auf die Verfassung schwören soll. Wie wenn er die Verfassung als Staatsgewalt repräsentieren soll. Das sind unterschiedliche Maßstäbe, die wir hier anlegen müssen. Und ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie gesagt, schreibe einen Kommentar, abonniere den Kanal, abonniere auch den Kanal und den Telegram-Kanal für die manchmal hier auf YouTube zensierten Szenen. Ich kriege inzwischen hier regelmäßig Videos demonetarisiert. Jetzt das Video mit der Schlägerei aus Gera, was schon verpixelt war, ist jetzt ab 18 mit Altersfreigabe. Also die 14-Jährigen sollen nicht sehen, wie mit anderen 14-Jährigen umgegangen wird. Okay. Aber das sind die Richtlinien von YouTube, an die man sich hier halten muss. Damit mache ich jetzt Schluss. Schreibe einen Kommentar. Bis bald.